Dhanvantari Asana, auch genannt Dhanvantari Asana, ist die Stellung von Dhanvantari. Dhanvantari wird dargestellt mit dem Nektar der Unsterblichkeit in einem Topf, den er vor dem Bauch hat und segnend mit der Hand. Und so kannst du Dhanvantari Asana auch üben, gerade wenn du im Gesundheitssektor aktiv bist, wenn du also sei es als Arzt, Heilpraktiker, Krankenschwester oder Yoga-Lehrer gerne positive Energie ausstrahlen kannst, kannst du diese Haltung vor der Meditation üben oder auch bevor du mit deinen Patienten oder Klienten oder Teilnehmern zusammenkommst. Du hast die linke Hand unterhalb des Nabels und du kannst dir vorstellen, dass dort wie eine Ansammlung ist von Nektar, von Positiven. Du kannst auch darum bitten, dass Gottes Segen so deine innere Heilenergie füllt und dann hebst du die rechte Hand hoch, sei es neben dir oder sogar direkt an deinem Herzchakra und du stellst dann vor, dass du diese Heilenergie ausstrahlen willst. Das ist also Dhanvantari Asana. Dhanvantari ist der Heilgott im Ayurveda und alles zum Ayurveda findest du auf unserer Internetseite yoga-vidya.de.